Servus und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Insertions Team mit dabei, meine Freundin, die Frau-Taktiker-Lady. Hallo! Ja, und auch wieder mal heute eine Karte, oder beziehungsweise eine Runde auf Ministry, allerdings mit anderen Spielern, weil wir den Server gewechselt haben und da die Spielersuche total sch... ähm, die Mepp-Suche oder Serversuche so beschissen ist, man wählt alles aus, was man nicht möchte, man kommt trotzdem auf die Karte drauf, äh, wir haben es gesagt, komm beim dritten Mal scheiß drauf, machen wir es eben nochmal. Deswegen, äh, ja, nochmal Boritz. Ja, äh, die ist nicht so super. Deswegen, äh, nochmal Ministry, aber ich denke mal, es schadet nicht. Sieht's eigentlich aus hier. 2-2 steht's gerade, ich glaub, die Runde soll jetzt sehr kurz werden. Korrepte drin? Nee, ich nicht, aber die Runde wird trotzdem sehr kurz werden. Weil ein Sieg entscheidet gerade. Eihah. Eihah. Kann nicht unterkommen. Ja, wird halt die Folge halt ein Mega-Korts werden, so, aber... ...was machst du, ne? Spielersuche ist sowieso doof, weil wir kommen dann sowieso auf die gleichen Karten wieder raus, die wir nicht wollen. Von daher, äh, müsst ihr mal heute damit leben, tut mir uns leid. Dafür gibt's ja nächstes Mal dann wieder normale Folgen, wenn ich ja wieder aus dem Urlaub da. Von daher, alles für den Urlaub, ne? Genau. Ich muss es ja irgendwie auch hochladen, wenn ich nicht da bin, also von daher... ...rehe ich durch ab da draußen vor dem Bildschirm. Wahrscheinlich richtig keiner auf und denken alle so, was willst du von mir? So. Aber natürlich kann doch die Runde sich länger ziehen, man weiß es ja nicht. Ist öfter so, dass die Runden... ...Bidekerl hier einfach mal länger werden. Boah, das hat gar keinen Zoom gehabt gerade, aber okay. Äh, du bist bei mir auf der Seite, ne? Ja. Ja. Sehr schön. Ja, SKS hab ich heute mal dabei, äh, diesmal aber nur mit dem Scheinlimpfer und das Visier hab ich weggelassen, weil... ...wat... ...wat brauch ich in dem Visier, auf dem SKS-Gewehr? Nein! Das lohnt sich nicht. So. Wo bist denn du gestorben? Hey. Ist halt übelst du Spawn-Killer, aber das ist mir wurscht, das ist ein Surgency, da ist sowas nun mal notwendig. So, ich mach mir eine Rauchkanade hin zum Ablenken. Lord, was hat der jetzt bitte für Reflexe gehabt? So, jetzt... So, wo bist du denn? Da war links jemand, ja? Dann schießt er links. Wollen wir rechts jemand? Dann schießt er auf einmal ganz schnell rechts. Das könnte sogar ein Hacker sein oder ein Cheater. Keine Ahnung, wie man das betiteln will. Kannst du dir aussuchen. Hast du getötet linksens? Ne, 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 das ist auf der andere Seite. Achso, okay, dann, 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 dann interessiert es mir nicht. Den kann ja rumcheaten. Ne, darf er nicht. Cheater sind auf beiden Seiten scheiße. Und oben ist ein... ...feindlicher Aserdat und den würde ich gerne auch haben. Und ich komm nicht mal mit dem... ...Strafe Jump da hoch, das ist natürlich sehr schön. Ah, der ist schon tot, okay. Gut, ihr habt nichts gesagt. Ich hab jetzt unter den Schuss, ey. Nein. Martin? 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 Storben? Ja. Ach, Mensch, machst du denn? Nichts. Stell dich doch mal an. Oh, was ist mit dem Glas hier los? Das sieht ganz anders aus. Weil es kaputt ist. Hä, ne, ne, bei mir sind da so Streifen drauf. Fuck, das hätte klappen können. Ne, bei mir sind so Gitter drauf. Also kein... Nicht wie ein kaputtes Glas, sondern einfach nur, ob die Textur fehlen würde. Für mich nicht. Ja, dann... Haben wir wohl ein Problem mit uns beiden, ne? Ja. Ja. Dann, sieh zu, dass du das Land gewinnst. Okay. Wo bist denn du überhaupt hier? Du bist tot. Gut. Juppi Juppi, ne, Juppi Puppi. Und... ...The Carbos 811. Also, ich bin ja für Juppi Puppi. Für wen bist du? Keine Ahnung, ich bin ja da. Okay. Guck, ich sag doch, Juppi Puppi, der ist super. Der hat Reflexe wie eine Katze. Komm, man ist ja einmal nicht. Ja, ich glaube, das ist auch der, der eben... ... äh, von links und dann ganz plötzlich rechts geschossen hat, wo ich nie jemanden da gesehen habe. Ich bin mir Moro und beigetreten. Und wir haben eine Niederlage kassiert. Ja. Juppi Puppi Mubi, äh, war schön mit dir. Aber, äh, die Runde ist vorbei. Das heißt, die Folge wird heute mal ganz kurz werden. Macht aber nichts. Nächste Folge wird wieder länger werden. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es euch dennoch gefallen hat, dann lasst doch bitte mal ein Like da. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.